3x3 – The Feel-Good Technology Ein Textil, zwei Technologien und drei Funktionen. Die 3x3-Technologie kombiniert zwei Ausrüstungen auf einem Textil. Die Optik, der Griff und die Atmungsaktivität werden davon nicht beeinflusst. Die Außenseite ist bis zur Mitte des Textils wasserabweisend ausgerüstet. Die Innenseite wird mit einer wasseraufnehmenden Ausrüstung versehen, die ebenfalls bis zur Mitte des Textils reicht. Diese Kombination von zwei Technologien auf einem Textil bietet drei Funktionen. Trocken von innen, trocken von außen und trocken im Nuhr. Dadurch sorgt 3x3 für Wohlbefinden bei allen Aktivitäten. Die Funktionen im Einzelnen. Die Feuchtigkeit, die beim Schwitzen entsteht, wird von der Innenseite des mit 3x3 ausgerüsteten Textils rasch aufgenommen. Sie wird vom Körper wegtransportiert und großflächig in der wasseraufnehmenden Schicht verteilt. So kann sie körpernah schneller verdunsten. Die 3x3 Ausrüstung weist Nässe von außen zuverlässig ab. Textilien mit 3x3 Ausrüstung, die Körperfeuchtigkeit in sich aufgenommen haben, trocknen deutlich schneller als ohne 3x3. Und das sind ihre Vorteile. Schweißflecken sind von außen so gut wie nicht sichtbar, weil nur die Textilinnenseite Feuchtigkeit aufnimmt. Mit 3x3 verdunstet Schweiß körpernah. Das unterstützt die natürliche Körperfunktion des Kühlens und sorgt für mehr Energie in aktiven Phasen. Textilien mit 3x3 Ausrüstung sind wasserabweisend und deutlich weniger schmutzempfindlich. 3x3 The Feel-Good Technology Untertitelung des ZDF für funk, 2017